Herzlich willkommen bei Selbstklebefolien.com mit Speck, Käse, Fenkmann, Mäuse. Mein Name ist Michael Maus. Heute geht es um Schaufensterbeschriftungen bzw. Beschriftungen mit Haftfolien. Der eine oder andere im Filialsystem hat sich vielleicht schon gewundert, warum sieht die Schaufensterwerbung, die temporäre Werbung im POS-Bereich, auf Glasoberflächen im Filialsystem, bei dem einen so perfekt aus und der andere hat Luftblasen und Knitter dazwischen. Das Geheimnis verrate ich Ihnen heute. Es wird nämlich da gegebenenfalls gar keine Klebefolie eingesetzt, sondern eine Haftfolie. Diese Haftfolie ist bedruckbar, wie in diesem Motiv, und hat gar keinen Kleber. Diese Seite, die eigentlich den Kleber haben sollte, ist nanobeschichtet und saugt sich an glatte Oberflächen an. Was bedeutet das für das Filialsystem, für die Mitarbeiter? Ganz einfach, diese Folie ist so gut wie idiotensicher unter der Voraussetzung, da es natürlich die Oberfläche gereinigt ist und man vielleicht auch noch ein Rakel zu haben hat. Theoretisch halte es aus, wenn wir den transparenten Liner entfernen und die Folie auflegen. Sie hat eine sehr hohe Planlage und saugt sich jetzt langsam an die Oberfläche an. Natürlich kann es von Vorteil sein, dass man das Ganze einmal anrakelt. Dann braucht man die Zeit nicht warten, bis das Ganze angezogen ist. Vorteil so einer Folie ist, sie ist recht schwer ablösbar im Vergleich zu einer Adressionsfolie, die des Öfteren schon herunterfällt, aber auch sehr schnell und einfach wieder zu entfernen. Und tatsächlich innerhalb von wenigen Sekunden kann ich dieses hier wieder ohne Kleberückstände entfernen. Das bedeutet, Reinigung zu jeder Jahreszeit des Fensters nach dem Abziehen entfällt. Und diese Folie hat noch einen Vorteil. Wir können sie wieder auf diesen Liner legen, das heißt auf das mitgelieferte Transfermaterial und im nächsten Jahr oder im nächsten Monat wieder verkleben. Diese Folie lässt sich auch nass verkleben, wenn man das möchte, damit man sie positioniert. Aber probieren Sie es einmal aus. Sie ist wirklich so gut wie diodensicher. Unter der Voraussetzung nochmals Fensters gereinigt und man hat ein sauberes Werkzeug zu haben. Wenn Sie Fragen haben zu Haftfolien, zu Digitaldrucken, zu Klebefolien, können Sie uns sehr gerne ansprechen. Wir stellen Ihnen diese Folien nach Ihren Bedürfnissen, nach Ihren Farben, nach Ihren Drucken her und beliefern natürlich auch bundesweit, auch innerhalb der EU, Ihr Filialsystem, wenn Sie das wünschen, direkt von uns per Paketungsleiste. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und Daumen nach oben, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Nochmals, sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zu diesen Folien haben. Ordern Sie heute noch Ihr Muster und probieren Sie diese Haftfolie auf Ihrer Oberfläche aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.